Ja, die Vermutung hatte ich auch ein bisschen. Wie sieht das hier aus? Ist ja nicht so gut, ne? Da müssen wir uns jetzt, glaube ich, gleich mal kurz ein Feuer machen. Ich weiß halt nur nicht, ob das hier so an der Position alles so geil ist. Aber wer weiß das schon. Und noch keine Blätter, ne? Habe ich noch ein Steinchen? Sammy, geh raus hier bitte. Ich hätte das Feuer ein bisschen günstiger platzieren müssen. Sammy! Uich, Papa! Nicht zu mir! Nein! Nein! Verlegung. Ja, komm. Dann, 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 dran. Noch eins. Lockenes Blatt. Ja, auch das weiß ich, dass du durstig bist. Brauchen halt gleich nochmal... ...bringend ne, äh, Kokosnuss. Wir werden so sterben, ne? Doch, doch, der Kalle ist da. Oh, da wird schon schlimm. Nein. Na gut. Wir haben Egel. Wir haben Durst, wir haben Egel. Dreckig sind wir zum Glück nicht. Oh, wo ist jetzt? Was wollte ich machen? Nach Egel gucken. Ich glaube, es ist auch ein bisschen stressiger als in der normalen Version, habe ich das Gefühl. Snickchen. Ich glaube, was wir uns vielleicht machen können, ist, ähm, eine Blätterrüstung, auch wenn es nur so eine ganz schlechte ist. Na, wir haben nicht genug stehen. Ah, ja, du hast Durst. Ich kann nichts machen. So, ich kann vielleicht schummeln, warte mal. Schauen wir mal, ob das funktioniert. Ist vorsichtig zum Feuer. Fängt jetzt eh an zu regnen, oder? Dann kannst du ja gleich trinken. Mein Feuer geht gleich aus. Uiuiui. Sorry, dass ich gerade auch so, Mann, so unkonzentriert auf dem Chat bin. Aber es ist doch ein bisschen, ja, was soll ich sagen? Ich bin ja ein bisschen ängstlich. Oh, wir speichern auch noch. Sammy, du musst woanders hingehen. Wirst mir da nur alles um. Boah, das waren, glaube ich, drei und zwei Seiler. Ja, dann kommst du. Ja, ey, er ist so nervig, er ist so quenglich. Da, trink. Und die füllt sich nicht am Feuer. Hallo, Wolfsniper. Hallo, Wolfsniper. Oh, ich hab nur einen Stock. Und noch mehr Stöcke. So. Ob wir die Mia in einer bestimmten Zeit finden müssen? Ich hoffe doch nicht. Ach. Mensch. Wenn wir nochmal schnell das Feuer anmachen und wir sammeln uns nochmal Blätter. Trinken nochmal. Trinken nochmal. Da hab ich... Ah, doch, ich hab... Okay. Come on. Come on. Das ist aber wirklich ein bisschen verwirrend, Jana. Da muss ich ihm jetzt... ...von zustimmen. Ja, da sind wir ja fast komplett ausgerückt. Ich find's grad ganz schön hier. Ich glaub, hier bleiben wir einfach für immer. Ist da eigentlich noch was? So. Immer noch Wasser. Soll man Fleisch essen auf jeden Fall. Können wir noch braten. Dann gibt's noch eine. Was macht er denn jetzt gerade? Dankeschön. Mensch. Macht doch sowas nicht. Okay. Muss ich meine Blätter da hinten wieder einsammeln? Ah, ich hab da eine Palme noch geschlagen. Können wir auch die letzte Rüstung noch machen? Boah, wir in die Spinne reinrennen. Das wollen wir ja nicht. Die Frage ist, da vorne ist ja dieses Behältnis. Ähm, ich glaub, da machen wir gleich auch noch mal einfach ein Feuer drunter und gucken, was passiert. Was willst du da an meinem Zelten? Das heißt, wir brauchen mehr Holz. Scheiß auf Mia. Mensch. Wer braucht denn schon Mia? Ja. Ja, ich mein, die wollte ja auch dahin hin. Ich hab meine Schnecken vergessen. Das ist viel wichtiger. So, wo war die Schale? Wir speichern lieber vorher. Okay, das ist noch ein bisschen buggy. So, kleines Feuer. Trinken wir hin. Nein? Ja, fängt euch an zu drücken, dann kannst du wieder trinken. Was mach ich denn noch? So, ein bisschen knifflig hier. Wir haben aber, glaube ich, keine getrockneten Blätter gerade mehr. Nicht ganz so geil. Ja, zwei Stunden, dann knallen wir uns die mal eben rein. Boah, so schlecht wir. Mein vollkommenen Überschuss an Kohlehydrate. Warte mal, warte mal, warte mal. Minus zwei Parasiten. Dann mal guten Durst. Sind wir voll? Nicht ganz. Oh, Gott. Setzt aus. Aber wie viel will der denn davon trinken? Aber die sind auch gut. Dann können wir den ganzen Spaß machen. Mensch, diesmal keine Parasiten. Nüsschen, da war Nüsschen. Ja, wir sind ja schon echt weit gekommen gerade, ne? So. Brauchen wir nochmal vertrocknet zu... So. Tut mir leid, lieber Bananenbaum. Und ich nehme mir noch ein paar Blätter für so mit. Damit die dann in meinem Rucksack trocknen können. Ähm, die Parasiten, die sind auch dann über meiner Gesundheitsleiste. Und das steht dann auch, glaube ich, rechts oder so, hier. Bin jetzt grad nicht sicher. Ach so. Was kommt da... Und da eine Spinne rein? Nicht essen. Okay. 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 Das ist eine Pflanze. Gucken, was das Buch sagt. Ach, guck mal, das müssen wir sogar machen. Wo sind sie alle? Ein Anzeichen von den Eingeborenen. Verbrannter Rucksack, Buch, Notizen und Karte. Wem gehört das? Schritt 2. Sammel die Zutaten, wirst sie hinein. Pianenstreifen. Das haben wir. Ah, okay. So sieht die aus. Haben wir die schon gesehen? Rote Früchte. Wieso war ich gar nicht so falsch, dass ich hier rumgegimmt hab? Die haben wir noch nicht gesehen, ne? Jetzt wird's auch dunkel. Das ist das kleine Vieh. Die Frage aller Fragen ist, jetzt bekommen wir noch ne Kokosnuss hier. Da hängen überall keine, oder? Probier mal kurz. Fokosnuss wäre halt super, dann könnten wir nämlich einfach ganz kackensreiß und mehr Wasser machen. Hätten nicht solche Probleme. Vielleicht gucken wir nach dieser Pflanze am Tage. Die muss ja hier irgendwo in der Nähe sein. Ist die euch schon aufgefallen? Oh, aber die will ich. Ich glaube, dann legen wir uns jetzt noch mal schlafen. Kein Platz mehr. Jetzt ist das scheiß Feuer noch an und das hätte ich ausmachen können, wenn ich jetzt noch ne Kokosnuss gehabt hätte. Aber nein, sie ist mir nicht gegönnt. Und wirklich sehr schleppend voran. Okay. Kurzer Check. Nee, das heißt, wir müssen gleich mal unbedingt gleich noch mal jagen zwischendurch. Oh, was ist das? Ich weiß nicht, ob mir das gefällt. Okay. Okay. Was sagt das Tagebuch? Spuren von Eingeborenen nutzen kein Alphabet, sondern einfache Zeichnungen. Mia könnte mir beim Übersetzen helfen. Der Wind heult. Ist etwas hinter dem Felsen? Geil. Geil. So können wir nix machen, aber... Nein! Geh ihn mir zurück! Mein Speer ist weg! Scheiße! Mann ey! Spiel! Komm! 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 Putin! Time! н Okay, dann können wir die ja auch mal irgendwann so probieren, weil die kenne ich zum Beispiel jetzt auch noch nicht. Und wir müssen uns kurz eine neue Axt machen. Falsch. Wir haben doch schon eine Axt. Warte mal. Was will er jetzt? Ja. Ja. Ach so, Stockaxt. Okay. 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 Jetzt bestimmt das Feuer aus, wo ich sitze. Nee, okay. Dann. Erinnern wir uns mal. Let's go. Okay. 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 Okay.